Gefallen hat mir der Spruch, wenn ihr das Eis von den Pinguinen schmelzt, passiert das. Für das Kind, das diese Worte aus Pflaster gebracht hat, breche dann eine Welt zusammen. Abends unterwegs im Stadtteil Bundzentrum. Vor dem Café in der Friedrichstraße ein Baum. Zu Hause wird der Tisch gedeckt. Hier ist es ganz klar und warm. Wir freuen uns sehr auf den Besuch unserer Freunde. Las Comadres, so nennen die beiden Frauen von gegenüber ihr Geschäft. Aus dem Küchenfenster blauer Himmel und herbstlich gelbes Laub. Die Sonne scheint, ein bisschen unheimlich für Oktober. Und meine kleine Blume leuchtet.